Ja, willkommen zurück zu Rust. Heute, wenn ihr das Video seht, ist es Wipe. Das heißt, da ich jetzt nur noch quasi heute und morgen habe, werde ich jetzt anfangen Basen zu raiden. Weil, warum nicht? Ich denke mal, erstmal laufe ich einmal zum Recycler. Auf jeden Fall muss ich noch viel looten, weil ich will ja auch meine Workbench Level 2 hier haben und so. Und eigentlich wäre Syphur auch mal wichtig. Das habe ich aber noch gar nicht geschmolzen. Denn ab zum nächsten Recycler. Ich bin hier. Oh je, das ist hier gar nicht mal so dicht. Ich weiß nicht, ob die Abunded Military Base einen Recycler hat. Die Dingsstation, die Gasstation, die hat einen Recycler. Mühbars. Ja, auf jeden Fall ist morgen, ich denke mal 20 Uhr wird es sein Wipe. Vielleicht auch ein bisschen früher, 19 Uhr. Auf jeden Fall ist morgen Wipe. Und dann wieder zwei Wochen. Bis übernächsten Freitag. Und auch da könnt ihr natürlich wieder mit uns mitspielen. Ihr seht, was ich sehe. Dort ist ein Pferd. Dies ist jetzt mein Pferd. Da dürfe ich auch schon. Alter, das kriegt sowas von Hufeisen nachher, ne? Geil. Ich weiß nicht, nächstes, äh, nach dem Wipe werde ich vielleicht auch, ähm, eine, ja nicht, nicht, nicht rateable Base bauen, sondern eine Basis, die wirklich schwer zu rateen ist. Es gibt dann nämlich so eine Basis, die man so ein bisschen im Wasser baut. Und die soll wohl ziemlich schwer sein zu rateen. Sehr gut. Noch ein solches Ding, und ich kann mir endlich ein Windkraftwerk bauen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das geht. In dieser Basis. Aber das geht wohl. So, ja, der Stanktelle wird der wohl irgendwo einen Recycler haben. Habe ich schon gesehen. Röschwein. 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 Was ist denn hier gerade? Na, ich kann doch schon den Rest looten. Hm, hm, ich stehe da drin und warte, ey. Als ob ich das durch das Gitter kann. Alter, ich habe jetzt schon fast 500 gesammelt. Röschwein. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal zurück. Windkraftwerk aufs Dach kloppen. Und dann erstmal gucken. Vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Suizide. Hm, hm. So, ich würde mal sagen, dass es jetzt wieder hell ist. Das ist einmal Abunded Military Base. Achso. Scheiße, nee. Ja, gut. Hat sich jetzt... Ey. Hat sich erledigt. Weil ich wollte eigentlich dem Pferd noch Hufeisen geben. Aber das wird jetzt nix. Hätt sich aber hier lohnt. Ich würde jetzt mal probieren. Ach du Scheiße. Ach fuck. Da gibt es auch noch andere Schlafsäcke. Eigentlich. Oh mein. Ich bin gar nicht wirklich da. Also ich bin der Meinung dafür gibt es eine Errungenschaft. Das heißt eigentlich, dass da auch meine Waffe liegen muss. Ja, ich würde mal denken, das ist jetzt alles. Oha. Hätte ich ja gar nicht mal gedacht, dass man einen Sprung hier schafft. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.